Was gibt denn jetzt? Ja, dann belegs noch mal. Gehst du nicht, was da abhaben? Was da? Ja, da stunde ich, den sie bitte mehr durchklingeln. Ich gucke noch zwei Frauen. Grau, Falten, Trocken, Streitjacke. Was war der denn? Ja, sie sehen, ob ich bei Zeugen Jehovas wohnen würde. Nee. Ich seh, das ist schlecht. Ich seh, ich hab den Unfall ja gar nicht sein.